ein wunderschönen guten morgen erst mal es ist samstag der 19. august 2019 ich guck truebrook girls und wir haben 5.30 Uhr falls ich das noch nicht erwähnt hab ich steh mal auf mein spaß heute geht es auf jeden fall nach frankfurt am main zusammen mit koma carsten also der kommt dahin und ich ja hier sieht es mal wieder super aus wie ihr seht ja aber scheiß drauf guten morgen so ich setze mir jetzt erstmal hier mein schönes rockstar während ich noch auf die bahn warte ja man das schmeckt auf jeden fall sehr gut so ich muss jetzt umsteigen ich hab's verpasst aufzustehen naja ist halt so war es noch früher im morgen super der hat man auch zu mit meinen schokoboltschen holen aber schlottert fehlt nix da vorne bissel double maxi schokodinner für 2 euro das stück die schöne Hier sehen wir die schönen New York City. Da vorne ist das MPS Day City. Nein Spaß. Kaffee, 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 Kaffee. So der Kaffee ist auf jeden Fall am Start. Und der ist auch so scheiße heiß, ich kann ihn gar nicht richtig festhalten. Oh, mit einem festen Finger. Scheiße, ich muss ihn ja auch abstellen. Heiß. Alter, wie geil, man. Boah, stabil. Dicker Fernseher. Ein Rubik's Cube. Okay. Äh, ja, ich kann das nicht. Fuck off, Verkehrs. The Nui Hotel. Ja, man. Äh, wie ist die Aussicht so? Ah, okay. Alles klar. So, mittlerweile bin ich auch nicht mehr alleine hier. Mahlzeit. Was geht ab? Alles filmt bei dir? Schön, die Gäste gefilmt, ey. Da sieht man mir eh nicht mehr. So, wir laufen jetzt hier erstmal ein bisschen durch Frankfurt. Durch irgendeine Junkie-Gasse. Auf den Main Tower. Ja, Mann. Ja, Mann. Da gehen wir gleich hoch. Schön die Aussicht genießen. Geil. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Auf jeden Fall, Mann. Ja, die Aussicht, Mann. Das ist auf jeden Fall einiges höher als der TÜV Tower. Ja. Ja, das ist noch höher. Ja, auf jeden Fall eine mega geile Aussicht. hier mitten in frankfurt ja gut was haben wir als nächstes vor hier zu diesem italien zentralen erstmal dich geschaffen ja mann ich brauch auch was zu sippen ein wunderschönen guten tag erstmal bob der wirrmeister sieht auf den start ein wunderschönes klingt euch hier trinke ich bier hallo leute und sie auch noch mal marco sorry justin wann kommen sie eigentlich den marco besuchen danke zeit nach zeit nach ok gut bruder letztes wochenende war wieder viel zu heiß viel zu krass ich komm ich verschütz meinen körper was willst du denn da mannbärschwein dreh dich kurz um dreht dreht viel zu krass ich komm Ich komm nicht klar, ich komm nicht klar. Ich komm nicht klar, ich komm nicht klar. Ich komm nicht klar, ich komm nicht klar. Lass es lieber, bitte. Lass es lieber, bitte. Lass es lieber, lass es lieber. Alle Brüder sind entspannt und sippen einen Cup, Bruder. Oder auch zwei. Erste Michi wird geäxt. So muss das sein. Cups, wir sippen Cups. Bruder, letztes Wochenende war wieder viel zu krass. Ich komm nicht klar, ich sepp nicht klar. Alles hat sie weggenommen. Wir nehmen ihn mit Kemsons. Es ist viel zu krass. Ich komm nicht klar. Bruder, letztes Wochenende war wieder viel zu krass. Ich komm nicht klar. Es ist jetzt voll. Pfui! Alles was Geld bringt immer mit. Alles was Geld bringt immer mit. Wir haben Spaß. Wir sind so krass. Wir sind so krass. Wir sind krass auf der Parkbank. Parkbank. Und rauchen einen Blatt. Ich hab's gesagt. Puff Puff. Nächstes Wochenende das Leiche nochmal. Denn wir sippen immer weiter Cups. Und nochmal. Cups. Wir sippen Cups. Wir sippen Cups. Wir sippen Cups. Hey! Hey! Wir sippen Cups. Du hast den einen ungeschütteten Schweinemensch. Was soll das? Was tritt dir jetzt in die Eier? Hey du Partner. Ja es raucht wie ein Tier. Zieh nen Haufen von Brots. Und dann sauf ich mich ohne. Patrick! Gönn dir! Zip ein Cup Digger! Ja! Ja Mann! Ja... Ja komm! Die sippen Cups! Der ist eine Dose. alter und das schütten die hefte weg groß digger und schmeckt so was sagen sie dazu also da vorne ist der koma carsten auf einem e-scooter ja da vorne ja und er vernachlässigt richtig die schmutzvlog was soll das das geht gar nicht einen wunderschönen guten tag erstmal der biermeister ist am start ich trinke einen lichter mir gehen gleich die lichter aus und jetzt alle mal für marco eskalieren ok wer von euch will mir jetzt dieses bier mal aufmachen das war schön ist mein handy ich bin hier am arsch vom koma carsten ekelhaft alter nein was habt ihr dazu zu sagen wenn du jetzt nicht das handy wegpackst dann ruhig dir so einen spritzenmann und da würde dich therapieren mit aids alle abonnieren alle abonnieren alle abonnieren alle abonnieren auf normale kamera geht es nicht ich nehme mir noch ein backsmall alter was geht ab sie sind bei mir im hotelzimmer was geht ab berlin seid ihr gut drauf ja normal will dich hoffen besoffen ja man will dich hoffen noch besoffen tisky tisky koma carsten koma fotze koma fotze koma kacke koma wichser ja spaß haben sie irgendwas noch zu meinen abonnenten zu sagen als guten abschluss auf jeden fall ihr seid die geilsten kauft uwe kubikmeter herztabletten bitte herztabletten ein tschüssvideo mit dem carsten ich geh jetzt wichsen nein man scheiß drauf also geht ruhig wichsen war kein tschüssvideo ja ja wichsen noch eine schöne runde ja natürlich und wie willst du noch einen rutsch ja man easy hey hallo hallo wir müssen uns gegenseitig filmen haus mit dir zur schlücke ja ne kasten hau rein wichs willst du noch ein beer haben ne ich trinke jetzt das klowasser boah ja der suff alter meine kamera ist reing im arsch wir haben jetzt 10 nach 11 sieht man das ja ich denk schon 10 nach 11 und ich hummel noch 3 gehen wir runter der suff ich werde mich zu kotzen aber ich freu mich drauf ja gut ich dachte doch meine kamera werden harsch aber das hat nun nicht was so telekarten vor der kamera nehmen sollen ein wunderschönen guten morgen erst mal das hat ich habe schon ich hatte es es Untertitelung des ZDF, 2020